Herzlich Willkommen zu einem Non-Folge-Vordnet. Heute gibt es die Highlights von unserem Dream-Air-Kita-1. Lief leider nicht ganz so gut, wie wir uns das Ganze erhofft hatten, aber diese Runde ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool geworden und vor allen Dingen hatten wir einen riesen, riesen großen Nachteil, denn unser Discord ist einfach mitten in der Runde ausgefallen und wir hatten es auch nicht geschafft, während der Runde in Voice-Chat zu joinen und deshalb hatten wir im Prinzip die letzte halbe Runde einfach komplett ohne Calls gespielt und dafür war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Runde. Ich hoffe, euch gefallen auf jeden Fall die Highlights, wenn das sein sollte und ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, außerdem würde ich mir natürlich auffallen, wenn ihr die Video bewertet, kommentiert und teilt und schaut natürlich auch gerne auf eurem Twitch-Kanal vorbei, Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort zocken wir nämlich solche Tournaments natürlich auch immer live und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Da kommen wir hier an, ding, minus 50 ist dabei, die kommen von da hinten, die sind, oh fuck, die müssen scheiß nicht haben. Ich habe keinen Weg, schnell, schick. Linkt. Nice. Three kills. Ja, das ist auch. White, 35? Äh, 90. Lock, lock. 90 dahinter. Cracked, die haben beide keine Waffe. Let's go. Oh, nice. Wollen wir raufgehen? Ja, ich sehe die. On me? Ja, ich sehe die. 81. Knock. Nice. Ich habe ihn, ich habe getrapped. Er bekommt voll... 70 Crack. 28, 28, 28. 30, 28. Er ist 30, 28. Es kommt der, er will uns runter. Er ist runter wieder. Ja. Erst hab ich so uns runterbaus. 5, 6, go! Gegner. Degel. Degel. Oh, man! Degel. Oh, nice! Let's go! Boah! Hast du Crashpads oder? Ah, nice. Gut. Degel, das war einfach Call ohne zu sprechen. Okay, scheiß auf. Versuch den zu blieben, wenn der rauskommt. Bin nur ziemlich safe, dass er den noch nicht dort schwimmt. Oh, let's go! Oh. Oh, crack. Nice. Ere. Ere. Oh, komm! Entfernung. Degel. 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 Statt. Degel. 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 Das war's. Nein, 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 bloß nicht, bitte nicht. Einfach Wall-On-Eye. Cracked. Let's go. Yes. Ohne Discord einfach. Fucking ohne Discord. Ohne Discord.